Hast du das mitgekriegt? Der Nürnberger Faschingsprinz, den hab ich sie mit Nase Wien. Weisch, klare Linie im Leben, ganz Päckchen ist gefunden worden, im Wagen. Naja, aber wenn's hilft, ne? Guck mal, ich hab Nase-Nebelhöhle-Ding schon, siehst du, Zinke? Jetzt hab ich mich auch gut punktieren lassen, ne? Guck mal, siehst du? Halt, da, Auge, ne? Hilft aber nicht. Vielleicht, dass ich den mal aufrufe. Wahrscheinlich hat er auch Doktor-Vielgut oder Extizid. Hauptsache, nein, wenn's durchputzt, der Heiwann frei. Ja, und wie willst du denn sonst einen Faschingsumzug überleben, ne? Wenn du dann zufällig einer Prinz bist, da bist du gezwungen, ja klar.